Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Cry of Fear. Let's play! Wir haben hier bei dem Speicherpunkt aufgehört. Ich will gerade mal gucken. Nur Messer und Telefon. Okay, wollen wir mal schauen. Okay. Out of ammo. Das packt mal! Is there blood on the floor? Christ, that looks like it. How the fuck did I even get here? Ooh, a hammer. Uh! Mann! Sound! Ach, der hat den Hammer! Ey! Ey! Waschloch! Ja, versucht unten mal, Polizei anzurufen. Crap! Crap! Das work! No signal! Dammit! Dammit! Ey, wo ist der Hammer hin? Okay, von hier? Kommen wir von hier? Yo! Okay! Ist das nix? Okay! Okay! Press E to climb ladders! Hey! Da liegt was! Hey! Komm mal hoch! Da liegt was! Picked up! Picked up! Syring... Irgendwas! Okay, erwartet mich was hier unten? Ich hoffe doch nicht! Oh mein Gott, ist das dunkel! Ich hab dich erst gar nicht erkannt, du Dreckser! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey. Okay. Das Wasser gerollt. Hey, ich iss lustig. Alter, was bist du schnell? Ah. Okay. Wunderbar. Keine Chance gegen mich hier. Oh mein Gott, ist das dunkel. Ich will aber nicht die Waffe wegmachen hier. Oh, erwartet mich hier oben jemand? Lass mich raten. Oh, ich kann es speichern. Saving progress. Progress. Okay, saved. Wunderbar. Ah. 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 Hey. Lass mich nicht treffen, du Sack. Okay, hier gibt's nix. Da, auch noch einer. Zwei. Drei. Hey. Drecksäcke. Warum kann ich nicht auch n' Hammer nehmen? Ich finde, Hammer sind effektiver als... Was war das denn? Achso. Ich dachte, da geht's rein. Oh, schon wieder Wasser. Ach Gott. Sau, wo kommst du denn her? Mann. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber... Das sieht mir stark da noch aus. Okay, Sackgasse. Was? Achso. Zwo. Help me. Please help me. They are coming. I'm inside the apartment. Hurry. Okay. Hurry, hurry. Kann ich hier rein? Ah, the door won't budge. Wie ich das... Hallo? Glaubst du es? Wie ich das von Amnesia noch liebe. The door won't budge. Na gut, wollen wir mal schauen, wer im Apartment ist und ob wir irgendjemanden retten können, müssen. Oder ob uns einfach nur jemand verarschen will. Ja gut, hier kommen wir schon mal rein. Wunderbar. Können wir nicht auch irgendwie Handy und... ...Messer in der Hand haben? Das wäre mir am liebsten. Ui, was denn jetzt? Aha, this place doesn't feel right. Welcher Platz fühlt sich da schon richtig an? Can't call the elevator. It must be stuck somewhere. Schon wieder? Fourth floor. Okay. Weiß Bescheid. Oh my god. Ich kann das gar nicht lesen. Playing a little... Irgendwas playing in the park. Set the first hit. Let's go home. Ich kann das nicht lesen. Mein Besten will nicht. Sorry. The door on, Batsch. Nee, mach die Tür auf. Mach die Tür auf, ich komme. Fourth floor. Fourth floor. Oh. Hello? Is somebody... Is somebody there? Oh, können wir einen Kaffee trinken, ja? Okay, Licht funktioniert nicht. Ah! Ah, was bist du denn? Ey, du hast zwei Messer, das ist unfair. Ich will auch zwei Messer. Ich will auch mal erkennen, das Drecksding. Hier jemand hinterm vorn. Gibt's Medizin drin? Auch nicht. Gibt's ja gar nichts. Der door on, Batsch. Ah ja. Er hat ja gesagt, der vierte. Nö, der door on, Batsch. Ist ich vielleicht vom fünften runter? Der door on, Batsch. Der door on, Batsch. Ich hasse diesen Quatsch. Komm nicht hier raus? The lock is jammed. Can't help me. Der door on, Batsch. Wie alles. Na, klasse. Wir müssen in den vierten, kommen wir aber runter in den zweiten. Ja, primär. Äh? Was bist du denn? Oh Gott! Scheißspiel. Je, je, je. Ha, ha. Okay. Sackgasse. Door on, Batsch. Ah ja, okay. Da kommen wir rein. Wunderbar. Door on, Batsch. Door on, Batsch. Bitte was? Wer war das? Oh. Hier? Oh mein Gott. Really old. Can't remember. 3rd November. Come and play. Collection. 11, 4, 28, 27. Damn, ich fick dich. Oh. Gott. Ich seh nix. Alter. Ich hab Angst, wenn es dunkel ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, fuck. These little kids are so cute. They look so... Really... Hm. I just want to touch them. But then does parents count. That's why I have to kill them. Okay. Man. Das ist ein gemeines Spiel. Ich heil mich jetzt erstmal. Auf die 3. Ach, man. Hm. Erstmal einen Kick gegeben. Oh, hat das gut getan. Ach, ich hab doch einen Schlüssel gefunden. Vielleicht kommen wir jetzt irgendwo... ...oben hin. Aber ich will nicht weiter. Ich hab Angst. To use a key to... Oh, stop. Ach so, okay. Hoch. This hall was locked, ja. Okay. Scheint wohl nicht für diesen Flur zu sein. Ei, ei, ei. Das war eben gemein. Lass mich raten, er ist nur für den dritten Stock. Nicht für den vierten. Yep. So, hier passt er jetzt, oder? Hä? Hm. Ah ja. Hä? Hier? Spiel. Das macht es mir nicht so schwer. Ich bitte dir. Ach, Kelle. Kelle, steh auf. Einfach raus. Einfach raus. Das sicherste. Okay, mal kurz überlegen. Oho. Oho. Versperrt von der anderen Seite. Das darf doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn jetzt hin? Spiel. Gib mir Tipp. Gib mich Tipp. Hier was zum Speichern. Nö. Bin ich denn hier überhaupt? Hier war ich da eben noch gar nicht. Hm. Hm. Das ist aber auch nix. Na gut. Na gut. Na gut. Ich hab's gehört. Ah, da ging's auch noch rein. War ich hier nicht was zum Speichern? Yo. Dann bin ich den Part jetzt erstmal hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.